Das hat ja vieles, was wir schon lange erträumt haben, das ist diese wirklich gute Massage. Dann eine extra Mitarbeiterin, die Nivea, die niveauvolle Hautcreme anschließend aufträgt. Das ist wunderbar. Seidene, schön selange Kissenmodell. Und das Ganze ist ja im Urwald, im brasilianischen Urwald. Das ist eine Aktion zur Rettung des Urwalds. Deswegen schon alleine natürlich auch. Es ist nicht nur Vergnügen, es ist auch sinnvoll in vielerlei Hinsicht. Und natürlich handelt es sich bei den Gorillern nicht um einen echten Gorilla, sondern Ulrich Tukor verkleidet in einem Fell. So. Das ist nicht nur Vergnügen, es ist nicht nur Vergnügen, es ist nicht nur Vergnügen. Das ist nicht nur Vergnügen, es ist nicht nur Vergnügen, es ist nicht nur Vergnügen. Das ist nicht nur Vergnügen, es ist nicht nur Vergnügen, es ist nicht nur Vergnügen.